Wir benutzen das Dark Butter Z Textur Pack Howdy do Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Blitz Survival Games Wer ist dabei? Der Gaming-mäßig! Ich bin dabei! Hallo! Ja, Peace! Oh Gott, wir haben schon wirklich ewig nicht mehr aufgenommen, das ist mir vorhin mal so aufgefallen. Wir haben wirklich schon, seitdem du 500 Abonnenten hast, haben wir nicht mehr aufgenommen, ne? Ja, und das ist verdammt lange her. Ja, das ist wirklich verdammt lange her. Ja, der kriegt in einem Monat mehr Abonnenten, als ich in einem fucking Jahr, das krieg ich das überhaupt nicht. Ja, das läuft grad ziemlich schnell auf jeden Fall. Ich find das irgendwie cool. Ah, fick dich doch. Ich hab, ich hab noch, Meat Master. Oh, hab ne Steinachs, hab ne Steinachs und ne Holzachs. Wo bist du? Ach, du bist auf der anderen Seite. Ja, lauf einfach, ich kenn die Map nicht. Lauf einfach deine Hut. Ach, das ist die, das ist die. Erst hab ich gedacht, die hätt ich noch nie gespielt. Komm, 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 da ist hinterher die eine. Komm, 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 komm. Hat er Sachen? Äh, ignorier die Kisten, ignorier die einfach. Weil ich hoff, dass der sich jetzt versucht, die Kiste zu schmatzen. Und dann ignoriert er uns, oder wie? Ah, jetzt, jetzt kann ich ihn klatschen, wenn der uns immer noch verfolgt. Ne, ne, ne. Ähm, hier, nimm mal das Ding, da hast du wenigstens ne Axt. Ey, da, 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 da. Ich hab ne Axt, ich hab ne Steinachs. Achso, okay. Ich hab ne Steinachs. Achso, zum Thema Texturmpacks, falls ihr jetzt fragt, welches wir gerade benutzen. Wir benutzen das Dark Butter Sie Texturmpack, das hat Butter und Dark Feier zusammengeschnipselt. Warte mal, wiederholt es grad noch mal, sorry, eben grad, hab ich grad gemerkt, dass Gesamtlautstärke wirklich ein bisschen hoch war. Okay. Weil eben gerade hat's geblitzt. Oh, ich hab, ich hab, ich hab bessere Schuhe für dich. Okay, so. Äh, warte, 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 komm. Mein Set, weil ich auch wenig mitgeholfen hab. Ja, du hast auch viele Bugs haben bekommen, wie du mitgeholfen hast. Nein, Quatsch, du hilfst dir das Texturmpack dann zu verbreiten. Auf jeden Fall, äh, hier das Texturmpack, da hab ich mich um die Sounds gekümmert, das bedeutet, ich hab Soundpack erstellt. Ja, das Ganze hier hat ein hübsches Soundpack. Und, ähm, hier Darkfire Hunter hat sich um, guck mal, hey, Darkfire Hunter hat sich um die Texturmpack gekümmert, er hat das Ganze so ein bisschen PvP, PvP, ja doch, PvP, ja, PvP-Pack, mäßig gehalten. Ich hab halt nur die, die Kistentextur gemacht, dass die halt so richtig, ähm, rausstechen. Ja. Und das Icon, mehr hab ich auch nicht gemacht. Da oben, aber das, das hilft wirklich, dass die, dass die so, dass die so rausstecht, ne? Ja, das, das war ja auch... Hast du einen Helm, hast du einen Helm? Ja, ne, da hab ich. Naja, gut, Goldheim, keine Ahnung, ob das besser ist. Ich glaube, ja, einen halben Punkt. Ab Goldheim gibt's dann nichts mehr besser. Doch, da unten ist einer. Und? Kriegst du ihn noch? Ich komm auch noch. Oh, du hast ihn sofort gestern. Äh, ich hab ein Holzschwert für dich, falls du eins brauchst. Ne, ich hab ja, ich hab auch Holzschwert. Hier oben ist noch eine Kisse, die wollte ich eben gucken, was da drin ist. Ach, nur Müll. Hier ist noch eine Kisse. Ich glaub, der Typ, den ich eben grad gekillt hat, war, ja, Afka. So, kann, manchmal hat man so Glück. Ich kann Schweine erschaffen, komm mal. Ja, ich auch. Dann hab ich ne Angel. Die Schweine sind verdammt komisch. Ey, 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 ich hab hier ne Steinachs für dich. Stärker wie ein Holzschwert. Ich hab auch ne Steinachs. Ich hab da auch ne Steinachs. Also, und ich geb dir mal noch ein paar Pfeile. Ich hab, ich hab Pfeile, ich hab zwölf. Jetzt hab ich 17. Okay, dann läuft ja. Hast du nen Bogen? Ne, ne? Ja, ich hab nen Bogen. Hab den von aus so ner Kiste rausgeholt. Aber hast du Pfeile auch genug, oder? Ja, sieben Stück, das reicht bei mir. Bin eigentlich meist recht treffsicher, wenn ich den Bogen verwende. Oh Gott, beste Ender-Games mit dem Amora, äh, Amora sag ich, mit dem Dings-Kit. Mit dem Bow-Kit. Gibt's dir ja One-Hit, wenn derjenige keinen Helm hat und du triffst ihn am Kopf, ne? Und, äh, und was mach ich? Ich treff da so vier Leute hintereinander mit dem Kopf so innerhalb von fünf Sekunden. Und ich denk mir einfach nur, what the fuck, was ein geiler hier Rock. Ich hab einfach nur den Fisch genommen. Jetzt brauch ich mir ein Crafting-Table, denn ich hab nämlich einiges an Weizen, könnten uns ganz, ganz viele Brote machen. Die Schweine verfolgen uns, ist das normal? Ja, das ist normal, du musst die töten. Achso. Ja, Schweine. Aber nee, behalte die. Behalte die, weil das ist meistens... Ja, das ist meistens assi gut, weil... Das ist wirklich irgendwie nice. Die blocken manchmal blocken. Die blocken dann irgendwie. Ah ja, noch mal zum Light-to-Live-Server, gell? Ich hab dem ja ein paar Kit-Vorschläge gegeben, ne? Kit-Vorschläge? Achso, ja, für Dings. Möglicherweise gibt's sogar den Beschwörer. Beschwörer? Der kann einen Eisengulen beschweren. Einmalig. Okay, auch nice. Soll ich? Ich nehm' den... Ich nehm' einfach... Warum hast du den Brustpanzer nicht mitgenommen? Oder hast du schon einen? Ach, du hast schon einen. Achso, Judo. Ach, du weißt, dann sieht man nur noch ne Hose. Ja. Man sieht, wer die Hose zuerst findet. Dann sieht man, wer die Hosen anhat. Oh Gott, scheiße, war der schlecht. Ich find' den Korn. Die schlechten sind bei mir immer die besten. Oh Gott, das war grad irgendwie so ein bisschen wie Sarah sah. Der zieht ja auch immer so krottenschlechte Witze. Ja, das ist so. Aber ich auch. Meine Witze sind auch immer so schlecht. Komm, 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 komm. Von wo, von wo? Nach unten hier? Hier, 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 hinter dir. Ja, wo bist denn du, verdammt nochmal? Hinter dir. Ich geh eigentlich so gut wie nie die Berge hoch, weil ich immer Angst hab, dass da irgendeiner kommt dann von oben und mich runterschlägt. So, aber die Möppi hab ich nie gespielt. Ich spiel auch eigentlich nie auf meinem Plex. Oh, jetzt hat's grad geruckelt. Ehrlich? Ja, bei mir ganz kurz ein bisschen. Ah, da ist noch ne Kiste. Was ist da drin? Oh! Komm mal, was ich mir gegönnt hab. Nimmst du die Schuhe nicht? Hä? Ne, das sind Lederstiefel. Achso, verdammt. Ich dachte, das wär ein Iron Bulls. Was hab ich denn am Anfang auch gedacht? Alter, dann hab ich ne Iron Shustplate. Yeah. Oh, hier ist auch noch Müll dran. Ich will noch Hosen. Warte, ich sortiere eben ganz kurz mein Inventar. Ich glaub, das war grad Darkfire, oder? Hey, wake up. Hä? Warte ich an. Ja, Darkfire hat mich grad angestupst. Wahrscheinlich gefragt, wie lang noch. Wahrscheinlich. Aber ich kann jetzt nicht gucken. Aber wir hatten die Feldaufnahmen. Ja, jetzt will ich aber noch schnell ein Thema ankratzen, weil wir laufen ja ja grad nur so durch die Gegend. Äh, was hältst du von dem Livestream so am Samstag oder Sonntag? Äh, find ich super. Also, ich kann mich damit nicht aus, und mit meinem schlechten Internet kann ich kein machen, aber wenn du einen machst, bin ich immer gerne dabei. Jo. Sollte ja eigentlich laufen. Also, so schlecht ist dein Internet auch wieder nicht, weil du leckst kein bisschen und... Ja, jetzt nicht. Es kommt drauf an, mein Internet ist so, weißt du, so halbwegs wie eine Frau. Das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber Frauen, wenn die ihre Tage haben, dann werden sie ganz flitzig liegen, weißt du? Und mein Internet ist genau gleich, Alter. Du machst dir grad wahrscheinlich alle Frauen aus deiner Community zu verhinden. Nee, Mann. Die Frauen in meiner Community sind die Besten. Ich bin davon in zwei Kisten. Kommst du? Wo? Ich bin über. Ja, ja. Nimmst du die am Baum? Ah, da. Ich nimm die davon. Da unten ist noch eine. Okay, dann nimm ich die die Hunde. Nimm die da unten. Ich schnapp mir ja die hier. Oh, hier ist nichts mal drin. Goldener Apfel. Ja, Mann. Oh, ich hab die bei dir in dem Siren. Da hinten ist noch eine Kiste. Äh, oh, eben grad hab ich gedacht, da wär jemand. Nee, kommt drauf an. Ich hab einen Spielertracker, aber ich benutze den irgendwie. Nee, ist das kein Tracker? Hier in Spielertracker, also die Spielertracker in, ähm. Ender Games sind anders und keine Ahnung. Hier zeigen die dir wirklich nur an, wo der nächste Spieler ist. Und dadurch, dass wir nebeneinander laufen, zeigen wir uns halt immer nur gegenseitig an. Okay, dann ist er grad richtig unnötig. Ja, find ich aber relativ fair, weil dadurch, dass wir im Team spielen dürfen, wir halt niemanden mehr tracken. Ja, das ist auch cool. So kann man's eigentlich auch sehen. Gut gedacht, so hatte ich das gar nicht mal gesehen. Wir haben einen Spawneck gefunden. Oh, ein Schwein. Ha. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, Die Piggy's verfolgen uns. Ich dachte grad, ich hätte jemanden gesehen, aber ich glaub, das war grad ein Textunfehler oder sowas. Nee, das war ich. Was? Nee, nee, weiter hinten. Oder das waren wahrscheinlich die Schweine, die ich gesehen habe. Komm. Ah, da ist ja noch ne Kiste total versteckt da. Oh, vor der Tür. Ey, jetzt hab ich 18 Weizen. Wir brauchen unbedingt auf den Gratis. Ich hab 12. er kommt darauf an da vorne ist da ist einer da ist einer wo den snacken wir auf jeden fall da hatten die erschwert den kriegen gerade noch alter ich habe die ganzen seitens aus eingesammelt außer dass die erschwert es ist aber fast kaputt aber der war gut der war gut warte mal gehen wir mal kommen mal irgendwo auf dem sichtfeld auf dem platz wo man alles schon dabei alter komm mal irgendwo hin wo wir eine kurze sichtweite haben dann so dass wir dann die alten steinschwert eingegammelt weil das bräuchte ich jetzt wieder ja ich wollte dass ich habe ganz vieles angesammelt keine ahnung was ich wollte dass man hier oben entkommen dass wir sehen können falls er ist gerade dass das die er hat zwar ein diashwert aber dieses diashwert hat ist wahrscheinlich in fünf schlägen kaputt oder so da ist ein hier sogar ein verzaubertes stein schwert habe ich sogar hier noch mit so dass verzauberte ich habe jedoch so viele steinschwerter was ist das nicht ich brauche nicht der feld verdammt da ist er herr wer scheiße ihr habt die gleichen rüstungen das ist übel verhindert und fängt an in der sekunde hat es angefangen bleibt von dem weg bleibt von dem weg nach ich habe potions er war mir leckst die überlegen die feine ich spiel gerade auch richtig schlecht wusste ich doch das schwert ist kaputt gegangen da lassen wir heilen dann machen wir richtiges match okay das ist aber auch mal ganz lustige runde oder ja ich finde ganz okay da scheiße hier geht doch die map kaputt oder sieben ja die die kaputt die geht kaputt ich habe es mal keinen fisch 3 aber wie lange dauert das bei der schwein hau verdammten block ist gerade unter mir weggegangen machen wir so ein knapp 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 als ich bin jetzt voll weil ich habe ich habe meinen goldenen apfel gefressen ich habe keinen haus noch einen du hast jetzt zehn herzen ich habe leider keine ich habe gerade ich habe jetzt mir fehlen noch dreieinhalb herzen sollen wir warten oder sollen wir anfangen erwartet wird sagen 3 2 1 go aber klopft gerade jemand bei mir einfach ans fenster bin grad mit einer aufnahme danke an dieser stelle würde ich mich gerne an meinen bruder bedanken vielen dank dass du mit einer aufnahme ans fensterklopft um mir zu teilen das niederland gerade am gewinn ist vielen dank einfach so mit einer aufnahme ans fensterklopft ich habe aus dem fenster geguckt das hat man nicht gesehen weil ich facecam nicht anhabe ausreden hier und ich habe 48 weizen halte das sollte ich jetzt eigentlich so etwas einschneiden würdest du voll an die weizen ranzukommen aber ich glaube das mag er nicht du und deine weizen und einfach ein bier trinken naja dann würdest du auch sagen beenden wir die folge für heute oder ja das war's verpisst euch und dann peace out wir wollen euch schnell wieder zu helfen ne quatsch achso das geile ist ja was ich euch sagen wollte verpisst euch ich fand die runde cool